Tango schon alleine, alleine, Tango, aber da können wir nichts dran ändern. Was habt ihr uns mitgebracht aus Gladbach? Wir haben aus Gladbach natürlich auch was ganz, ganz Besonderes mitgebracht und nachdem Sie eben Ihr Auge mal so ein bisschen verwöhnen durften oder wir Ihr Auge verwöhnen durften, haben wir jetzt etwas für Ihre Ohren und ich möchte Sie bitten, wirklich mal ganz genau hinzuhören, denn was Sie jetzt zu hören bekommen, ist live gesungen und ich freue mich, dass heute Abend hier ist, denn ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, Uwe Tittel mit seiner Elvis-Imitation. Viel Spaß! Nahrung Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sparen Sie Ihre Kraft. Sie sind herzlichst eingeladen, wenn Sie das mögen, auch über Kreuz zu klatschen. Aber das sage ich in jeder Sendung. Applaus entscheidet. Es geht los. Bitte der Applaus für die Gruppe Impuls und den Tango. Und jetzt bitte der Applaus für Uwe Tittel als Elvis mit der Band Nightlife. Ich muss die Ratschen abziehen, weil wir... Nein, 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 nein. Ich muss die Ratschen abziehen und hatte das Gefühl, dass Elwes ein bisschen mehr dann hatte. Ein Punkt. Nicht böse sein. Bei mir nur Applaus und nur Stimme, aber bitte keine Ratschen. Aber es ist sehr knapp gewesen. Vielen herzlichen Dank. Und das ist wirklich also stimmenmäßig sehr nah am Original. Wie gesagt, live gesungen. Ich bedanke mich. Okay, ein Punkt. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.